Du schreibst einen Aufsatz oder eine Geschichte und du brauchst eine gute Einleitung dafür. Ich zeige dir in diesem Video fünf Möglichkeiten, deine Leser von deiner Geschichte zu überzeugen. Es gibt nämlich ganz verschiedene Ansätze für Einleitung. So machst du andere auf deinen Aufsatz, auf deine Geschichte neugierig. Ich bin Uta von Lernförderung und ich möchte dir erklären, warum eine gute Einleitung so wichtig ist. Der erste Eindruck, der zählt nämlich. Oft entscheidet die Einleitung darüber, ob deine Leserinnen und Leser die Geschichte auch weiterlesen. Die Einleitung ist ebenso hilfreich dabei, sich einen Überblick über deinen Aufsatz zu verschaffen und eine Orientierung zu geben. Und in der Einleitung kannst du bereits deine Absichten vermitteln und deine Leserinnen davon überzeugen, dass eine interessante Geschichte folgt. Und jetzt kommen diese fünf Möglichkeiten. Erstens. Thema vorstellen und auf Relevanz hinweisen. Also auf die Wichtigkeit des Themas. In meinem Aufsatz geht es um den Einsatz von E-Bikes für Kurierdienste in der Stadt. Im Hinblick auf die Luftverschmutzung ein wichtiges Thema der Zukunft. So könnte das aussehen. Verrate noch nicht zu viel. Mache nur neugierig. Das ist die Kunst der Einleitung. Zweite Möglichkeit. Stelle eine Frage zum Thema. Auch damit wächst du natürlich Neugier. Zum Beispiel könntest du das so machen. Immer mehr Menschen in großen Städten leiden unter Husten und Atemwegserkrankungen. Kannst du dir vorstellen, was die Ursache dafür sein kann? In diesem Aufsatz erfährst du es. Das macht neugierig. Jetzt möchten deine Leserinnen und Leser bestimmt wissen, was die Ursache dafür ist. Und dann lesen sie weiter. Möglichkeit Nummer drei. Stelle eine These, also eine Behauptung auf. Die kann auch ruhig provokant sein. Hauptsache sie weckt das Interesse. Beispiel Nummer drei. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Verschmutzung der Luft durch E-Bikes in der Stadt oder in Großstädten wesentlich gebessert werden kann. Wenn E-Bikes für jeden kostenlos zur Verfügung ständen, würde das viele Krankheiten verhindern. Das ist eine These und dann folgt eben der Aufsatz dazu. Wie gesagt, eine These kann auch provokant sein. Vierte Möglichkeit. Beginne mit einem Zitat oder vielleicht sogar mit einem Witz. Auch das weckt Interesse. Sowas wie, kennst du den schon? Nun, Beispiel Nummer vier. Kommt ein Mann in ein Geschäft und sagt zu dem Verkäufer, ich hätte gerne eine Klingel für mein E-Bike. Der Verkäufer überlegt kurz und sagt, das ist ein fairer Tausch. Einverstanden. Dieser Aufsatz handelt von E-Bikes. Mit einem Witz oder einem Zitat leitest du dein Aufsatzthema ein. Und die letzte, fünfte Möglichkeit, die ich dir vorstellen möchte, heißt, starte mit einer kleinen Geschichte. Steige gleich mit einer Mini-Geschichte in deinem Aufsatz ein. Zum Beispiel so. Nach einem grünen Smoothie zum Frühstück tippte Elrond kurz auf sein rechtes Handgelenk. Damit aktivierte er sein E-Bike, das sofort startklar war. Er sprach sein Fahrziel ins integrierte Navi und schnappte sich die Schultasche. Dann radelte er entspannt los. Und dann kann eben der Rest der Geschichte dein Aufsatz folgen. Diese kleine Geschichte muss natürlich auf dein Thema hinleiten. Also Zusammenfassung, fünf Ideen für Einleitungen. Erstens, Thema vorstellen. Zweitens, Frage zum Thema stellen. Drittens, These aufstellen, also Behauptung. Viertens, Witz oder Zitat. Und fünftens, eine kurze Geschichte. Dieses Video ist von mir, von Uta von Lernförderung. Und ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir etwas in die Kommentare schreibst. Viel Spaß beim Lernen.